soweit bin ich jetzt ja man kann es im licht jetzt schlecht sehen ich muss jetzt aufpassen was mir die maschen nicht runter flutschen das passiert nämlich wirklich sehr gerne ich habe jetzt zwei ärmel je 50 quatsch 40 zentimeter gestrickt und also mal gestrickt und jetzt bringen wir die ärmel an den körper hier ran das sind 43 zentimeter der rest kommt mit der passe dran gestrickt so was zählen hier 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 36 37 38 39 30 40 noch 10 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 so jetzt kommt der eine ärmel der sieht jetzt so aus ja kann man jetzt ja so kann man es erzählen wir müssen das natürlich so vorstellen jetzt kommt er hier mit dran aber so dass ich den abgeschnittenen farben ja wie soll ich erklären ihr seht was ich meine ne also dass der jetzt halt nach hinten zeigt hier ist ja vorne da ist innen teil des ärmels und hier ist der faden also nach hinten so jetzt ziehe ich mir erst mal meine nadel nach vorne damit ich auch die maschen darauf stricken bzw dran stricken kann jetzt machen wir was was ich im letzten video nicht gemacht habe der muss nach oben fällt mir da gerade ein und zwar machen wir jetzt fünf maschen per schlingen anschlag 1 locker 2 3 4 und 5 das soll reichen muss reichen die nehmen wir dann aber auch zügig wieder ab darum nur fünf maschen würde ich jetzt zehn gemacht dann braucht es ein bisschen länger und dann rutsche die passe zu weit nach unten ja und keine ahnung also mit fünf ist man normalerweise gut bedient mit fünf schlingen dazu angeschlagen wieder nochmal aufpassen hier dass der faden auch wirklich nach da nach hinten zeigt was das ist nachher fürs zusammennähen hebel entschuldigung wichtig so und jetzt bringen wir das hier an den körper ganz normale rechte maschen stricken wir nehmen jetzt die ganzen maschen mit auf gehen die rundstrecke nagel wo der körper drauf ist nicht wie wir hinten nachziehen dass die maschen nach vorne kommen auf die nadel seht ihr der faden ist hinter der nadel also der arbeitsfaden rechte maschen halt ich hatte mir ja auch das knäuel hier vom körper dran gelassen weil ich wusste dass ich mit einem anderen knoll die ärmel machen und jetzt stricke ich einfach mit dem knoll weiter was vom körper noch über bleibt übrig geblieben ist es passt trotzdem zu den ärmen weil die farben gleich sind das ist das schöne an so einem dreierpark da sind die farben aufeinander abgestimmt so die eine nadel können wir schon mal beiseite legen jetzt müssen wir hier mal kurz diese nadel einziehen das ist jetzt hier ein bisschen wenden drehen machen und tun es ist nicht so einfach gerade wenn man die ärmel da jetzt mit dran stricken muss will wie auch immer ist nun bezeichnen möchtet ihr seht ja es ist sehr 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 eng hier gerade alles ich mache mal gerade eine pause so ich versuche jetzt mal das hier mit abzustricken ohne dass mir die nadeln jetzt auch noch kaputt gehen einfach nur weiter rechts stricken so haben wir noch eine hier steht einfach mit zur vorsicht sonst habe ich wahrscheinlich kein problem das möchte ich nicht ja so dass genau das ist nämlich jetzt der faden den wir jetzt ganz weit hinten hatten der jetzt vorne logischerweise weil wir einmal rum sind jetzt muss ich mal den faden hier wieder nach vorne so die nadel war auch abgearbeitet wunderbar jetzt müssen wir wieder dürfen wir jetzt nicht vergessen unseren unsere schlingen anschlagen auch auf dieser seite natürlich 1 2 3 4 5 und jetzt erst hier mit verbinden den faden dann ruhig nach innen nehmen auf geht's dann ist der ärmel schon mal mit dem körper verbunden jetzt müssen wir allerdings ob es ich muss ja jetzt sein ich muss ja 100 maschen zählen 24 4 5 6 7 8 9 10 20 wer will der kann sich natürlich auch maschenmarkierer da rein setzen von anfang an sofort damit wir dann quasi hier ein maschenmarkierer rein und dann da noch damit es einfach besser ersichtlich ist ich kann das das habe ich 22 maschen gut 23 24 25 26 26 27 28 29 30 ich mach das mal eben kurz alleine 100 maschen gezählt auch hier wieder diese nadel nach vorne ziehen nach hinten ziehen wie auch immer vorne hinten so und hier wieder 5 1 2 3 4 5 so zweiter ärmel her auch hier wieder geschaut dass der faden hinter also hinten dran liegt und jetzt wird es hier ein bisschen frickelig aber es zu schaffen ist kein problem jetzt geht es nämlich mit der nadel hier weiter mit den zwei nadeln er sagt ist ja ein nadelspiel ich stricke nur rechte maschen wenn ich denn mal aus dem bild plumpse ist es jetzt nicht so schlimm weil was ich auf der einen seite machen muss ich ja auf der anderen seite natürlich auch machen hoppla jetzt bin ich wieder gegen das handy gekommen einfach die nadeln abstricken und alles mit auf den die körper nadel sozusagen mit drauf und wir haben noch eine nadel das gleiche so zweite nadel ist auch befreit so zweite nadel ist auch befreit jetzt wieder wenden bitte drehen ups entschuldigt ach Mensch da bin ich nicht aufgepasst verzeihung 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 das sollte so nicht sein das sollte so nicht passieren wir haben immer einfach das gefechtse ach ja wer kennt das nicht was habe ich denn jetzt hier fabriziert so ich strecke einfach jetzt weiter bevor hier noch mehr Malure passieren die nicht passieren sollen da war ich jetzt zu übereifrig und bin mit dem finger voll ans handy gekommen auf jeden fall haben wir jetzt die dritte nagel die wir jetzt abstricken ich packe euch mal ein bisschen weiter weg ups ne nicht noch weiter ran geht das jetzt nicht mehr oder was ach ne weiter weg geht schon gar nicht mehr ei 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 ach ich dachte ich kriege euch noch weiter weg aber es war schon weit genug weg weiter an wollte ich euch ja nicht holen äh weiter vor das ist ja quatsch so dritte nadel befreit und die letzte die hier irgendwie voll eingeengt ist ich versuche jetzt nicht an mein handy zu kommen im eifer des gefechts so und erst wenn wir die auch abgestrickt haben ich weiß es gar nicht wie die abstricken sollen ganz ehrlich ich machen wir wieder ein päuschen so fertig sortiert es kann weitergehen es ist alles sehr sehr eng das ist aber am anfang ganz normal ich kann es euch leider nicht anders zeigen aber mein gott ihr wisst ja was wir hier machen haben wir ja auf der anderen seite genauso gemacht ich möchte euch ja gleich auch nur noch mal den schlingen anschlag zeigen zum letzten mal dann haben wir nämlich die ärmel mit einem körper gestrickt dann geht es gleich schon wenn wir am runden ende sind mit den abnahmen von den zugenommenen maschen los so die masche unbedingt noch mit stricken und an den faden suchen und hier zack nach hinten durch nadel ist befreit wo ist jetzt unsere andere nadel versteckt sich hier im ärmel das geht es um mich so jetzt müssen wir erstmal schauen dass wir das alles nach vorne kriegen alles sortieren wie das muss so und hier wieder schlingen anschlag 2 2 3 4 5 fertig 5 die zwei den rest der anderen nadel holen also ein bisschen vorsichtig hier alles und weiter stricken und somit haben wir auch den zweiten ärmel mit dem körper verbunden und stricken jetzt aufs runden ende zu mit 50 maschen die restlichen 50 so was mache ich mal alleine ohne euch das dauert nämlich jetzt ein kleines bisschen bis gleich da habe ich jetzt hier meinen runden und rein zähler habe weiß ich dass ich jetzt die erste runde beendet habe weil ich hier oben im ersten ring drin bin jetzt den in den zweiten ring rein und wir stricken fröhlich weiter und dann zeige ich euch auch jetzt wie das dann mit den abnahmen funktioniert ich mache das mal das video auf pause wir sehen uns dann gleich an der ecke wieder wo wir die fünf maschen zu genommen haben bis gleich an der stelle nicht an der ecke an der stelle angekommen sieht er selber hier meine fünf maschen das hier ist die vorletzte masche stelle ich gerade fest vom körper und jetzt geht es rüber zum ärmel dieses zwischen stückchen unterm arm ich habe also jetzt die letzte masche vom körper und die erste masche quasi vom armloch nicht ärmel am loch das stricke ich links geneigt zwei maschen rechts zusammen dann stricke ich weiter bis ich jetzt an der anderen seite hier ja die beiden die darf ich noch rechts alleine stricken und jetzt kommt eine überzogene abnahme weil die sich dann nämlich nach rechts neigt wenn sie mich denn ließe so abheben stricken und die gehobene drüber ziehen das war die erste abnahme dann geht es mit dem ärmel weiter mit den ärmel maschen da stricken wir dann jetzt so lange bis wir an der anderen stelle der zweiten stelle sind wo wir genau dieses prozedere dann auch wieder machen bis gleich ich bin wieder an der stelle aber ich wollte euch erstmal zeigen wie ihr hier um diese rundung kommt indem ihr hier ganz ganz vorsichtig die gast die nadeln brechen ihr seht es ja hier weiter rum zieht und hier nach schiebt so könnt ihr das ganze so ein bisschen entzerren und kommt dann auch entspannen und zerren wie auch immer man es nun nennen möchte und kommt dann auch um die rundung herum ohne noch eine nadel in gebrauch zu nehmen so wir machen jetzt das gleiche wie eben letzte masche vom arm vom ärmel erste masche vom arm noch die beiden stricken wir zusammen rechts dann geht es weiter mit dieser masche hier einmal darum sagte ich eben locker sonst kommt ihr da nicht durch zweimal ihr seht ihr die rappeln sich sogar übereinander dreimal man erwischt das nicht immer so wie man es haben möchte so wo sind wir jetzt an der stelle wo wir wieder letzte masche vom arm noch erste masche vom körper rechts stricken und dann die übergezogene quatsch die abgehobene über die gestrickte ziehen so und dann ganz normal weiter rechts stricken nichts anderes das machen wir auf der anderen seite dann noch mal mir wurde gerade schon angezeigt nur noch 15 prozent das ist natürlich nicht lustig auf der anderen seite habe ich jetzt auf dieser seite gezeigt ja ich hoffe ich kriegs noch hin mit euch das euch noch mal auf der anderen seite zu zeigen ich mache mal eine pause ich versuche mal zu zeigen an der stelle angekommen letzte masche vom körper erste masche arm noch beide zusammen rechts dann mensch was soll das so das ist das problem bei schlimmen aber okay wir werden es hinkriegen so jetzt haben wir hier letzte masche arm noch erste masche ärmel das machen wir uns jetzt mal ein bisschen einfacher zack abgehoben gestrickt und jetzt müssen wir die abgehobene über die gestrickte ziehen und das auf der anderen seite gegenüberliegenden seite noch einmal zuerst zwei zusammenstricken und danach die letzte masche vom armloch und die erste masche vom körper also die armloch masche abheben die körpermasche die erste körpermasche stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen so ich muss leider das video beenden ich mache winke winke bis zur fortsetzung so 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 so